... ... ... ... ... Antonia? Was henne? Wir könnten doch mal ... a scheen Ausflug machen ... mit unserem neuen Auto. Oh ja! Da freu ich mich! Wo wollen wir ihn hennen? Na guck einmal da! Oh ja! Das ist das Schloss Rammelburg. Da gibt's den Rammelburgblick. Da kann man schön auf der Wiese ein bisschen kuscheln. Oh ja! Das machen wir. Aber ich sag' dich noch eins vorher. Jeb Sächen bevor wir losfahren. Jedes Mal. Wenn wir irgendwo hin mit dem Auto dann musst du gern, dass wir losgefahren sind Sächen. Ja ju, das mach ich. Und du? Weißt genau? Wenn du denn... Ach, was wollt' ich sagen? Raset denn immer nicht wieder wie ein Ochse. Weißt genau, dass es mich da immer schlecht wird? Ja. Gege mich nur nicht in das Auto, nein. Nee, nee. Na denn. Lass uns doch mal los. Fahr' mal los. Zur Rammelburg. Auf den Rammelburgblick. Oh, warte mal. Da vorne. Da vorne. Da fährt der Trecker. Den können wir mal fragen, wo's lang geht. Hol' mal an. Alter. Wo geben wir's denn du her? Dort. Osterhausen. He. Wieder Osterhausen. Siehst du aber nicht gerade aus. Na, na, na. Was hast denn in Ihren Laden? Na, Eier. Hä? Eier als ich jamme. Ich auch. Wir kommen hier zum Rammelburgblick. Na, da müsst' er. De Klaus-Straße von Mansfeld in den Wahn. Dann geh mit Saurasen. Saurasen. Hä? Was? Was? Denn der Saurasen. Das ist ja lustig. Ja. Das ist nicht nur lustig. Einen Saurasen musst du nämlich wissen. Wenn du da wie eine Saurast, dann hält dich die Polizei an. Und dann zahlt's die Strafe. Was? Na ja. Und dann weiter? Na ja. So. Von Saurasen geht's dann weiter und beinig auf den Namen. Und nur nach fünf, sechs Kilometer hing am Walde, wenn's dann wieder lichte wird. Da, da ist der Rammelburgblick. Aber gut. Na dann. Jute Fahrt.